Seid ihr herzlich willkommen bei diesem Aufnahmen über Wasser, die Geheimnisse des Wassers. Wasser ist ein lebendiges Wesen und nimmt Informationen auf, reagiert auf unsere Gefühle und verändert die Struktur. Ein Wassermolekül ist H2O, aber kann die Struktur verändern. Und das sind diese Formen, diese Kristallen und das hat Dr. Masaru Emoto entdeckt. Er war Forscher im Bereich Frequenzen, Schwingungen und er hat etwas Großartiges entdeckt, dass die Wassermolekülen verändern die Struktur nach Worten, nach Zahlen, nach unseren Gefühlen und nimmt Informationen auf und hat ein Gedächtnis, speichert Informationen. Auch negativen Gefühlen reagiert diese Wassermoleküle auch. Dieses Bild, was ihr hier seht, das ist Kristallfotografie von Dr. Masaru Emoto. Er hat es nicht nur erforscht, beobachtet, sondern auch fotografiert. Dieses Bild ist eine Wassermoleküle, wie reagiert, wenn wir Hoffnung haben oder diese Wort Hoffnung aussprechen, egal in welcher Sprache, reagiert auf Frequenzen, Schwingungen und reagiert auf unseren Gefühlen. Und es wird auch gespeichert, wenn Wasser die Form ändert, wie zum Beispiel von flüssigen Formen zum eingefrorenen Formen oder durch Hitze, wenn die Wasser dann verdampft und dadurch ändert sich auch die Form, in diesem Wechsel wird von diesen Informationen einiges ausstoßen, reinigt sich, könnte man so beschreiben. Die Wasser reinigt sich von selbst. Immerhin hat gespeicherte Informationen. Und für uns, für unseren Körper auch, ist es nicht egal, welche Wasserqualität wir haben oder wie unseren Gefühlen wir umgehen, weil unser Körper besteht aus Großteil, aus Wasser, aus Wassermolekülen. Natürlich können wir das beeinflussen, darauf achten, dass die Struktur schön harmonisch ist wie in diesem Bild und das können wir verändern durch unserem Denken, durch unsere Sprache und auch durch unsere Gefühle und auch darauf achten, welche Informationen nehmen wir auf, weil das verändert, auch die Struktur, wie zum Beispiel Schimpfwörter oder Musik, was nicht die Harmonie entspricht, kann auch so etwas auslösen, dass diese Struktur verändert sich und übergeht eine ganz formlose, chaotische Form. Also es lohnt sich wirklich, damit zu beschäftigen, da Gedanken machen. Das Bild spricht eigentlich für sich, wie schön das ist. Und was für eine Harmonie, das ist wie ein Wunder, nur durch dieses Wort Hoffnung, was das auslöst und wie sich die Wassermolekülen durch diese Gedanken, durch dieses Wort, die Schwingung aufnimmt. Und so kommt es zu diesem harmonischen, wunderschönen Kristall vor. Und das war mein Beitrag zum Thema Wasser. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen in diesem kurzen Info-Video und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. Und in diesem Video erkläre ich, was war im früheren Leben. Was ist Karma überhaupt? Was passiert nach dem Tod? Was ist das Sinn des Lebens? Was bedeutet eine Seelenreise? Und wann beginnt das Leben überhaupt? Also volle Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link zu diesem Aufnahmen. Diese Video ist gratis und führt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.